Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder heutzutage und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlefield 4 Pack Opening. Ja, wir öffnen heute wieder 10 goldene Pakete. Richtig leckere, leckere Pakete auf unserem Nacken. Genau so ist es richtig. Ja, in der letzten Folge haben wir leckere zwei Messer gezogen und sogar noch ein Jet, eine Drohne und Pipapo. Wenn ihr die in der Folge nicht angeguckt habt, schaut sie auf jeden Fall mal an. So, jetzt beginnen wir mit der ersten goldenen Kiste wieder. Wir öffnen wie gesagt 10 Kisten und los geht's. Ab die Post. So, 25 XP Boost, eine Waldtarnung, wieder das geile Visier, eine Waldtarnung, nochmal, alles klar, und nochmal ein Visier. Okay, das war scheiße. Nummer 2, ein Visier, Herbsttarnung, 50% Boost, 25% Boost und ein Rotpunkt Visier. Nummer 3, 100 XP Boost, Bären, Erkennungszeichen wieder, 50% XP Boost, 25% XP Boost und wieder unter dem Griff ein Festungs-Dingsbumster. Festungshalter. Jetzt komme ich wieder auseinander. So, Nummer 4. Wir haben wieder ein Erkennungszeichen, 25% XP Boost, ein Skorpion. Okay, nice. Wald, äh, Walderkennung, äh, Walderkennung, genau, äh, Lackierung und wieder ein Scope. So, Nummer 5. Wenn mich das nicht täuscht, wir gucken gleich nochmal. 50 XP Boost, 50 XP Boost, Soldatenerweiterung und wieder das Visier und wieder hier, ähm, der Griff. Nummer 6, Visier, wieder alles Gute, Erkennung, Delta, nice, 100 XP Boost und ein Schalldämpfer für eine neue Waffe, nice. Nummer 7, 50 XP Boost, Soldatenerweiterung, 50 XP Boost, Dollarzeichen, das ist gut und wieder ein Rotpunkt Visier. Nummer 9 oder 8, gucken wir gleich nochmal, 100 XP Boost, Laserlampe, oh ja, genau, das bräuchte ich auch, ey, das ist nice. Eine Laserlampe haben wir doch, oh, neues Messer, lass ich mir gut schmecken und nochmal ein Schalldämpfer und nochmal der Griff. So, jetzt schauen wir gerade nochmal, wie viel wir geöffnet haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9, 50 XP Boost, ein Visier, Visier, Visier und Visier. Ja, wow, das war scheiße, aber da waren 2 gute Altre, ne, ich hoffe, die kann man verkaufen oder so, mal gucken. So, neues Battlepack, ein Erkennungszeichen, wieder das Laserlampe, äh, Dingsmuster, Soldatenerweiterung, Visier und Visier, Rotpunkt Visier, genau. So, ja, das waren alle 10 Battlepacks und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat's gefallen, auf jeden Fall, wenn ja, lasst doch ein Like da, würde mich tierisch freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, haut da rein, ciao, mit V.